Ja, hi Tristan. Hallo. Ich freue mich voll, dass wir heute über dein neues Album sprechen, Am Wahn. Wie geht es dir jetzt nach dem Release? Also mir ging es sofort am Releasetag viel, viel besser als davor, als ob mir ein riesen Haufen Steine, den ich als Rucksack mit mir umgeschleppt habe, so abgefallen ist. Die Zeit davor ist ja immer für mich total nervös und ich bin nicht wirklich ich selbst und jetzt bin ich auch nicht wirklich ich selbst, weil jetzt bin ich zwar erleichtert, aber jetzt bin ich so im narzisstischen Gratifikationsrausch, weil jetzt bekommen natürlich die ganzen Reviews rein und viel Kollegenlob und davon zehre ich natürlich jetzt auch total, deshalb jetzt bin ich gerade voll aufgeplustert und fühle mich ganz toll. Ja, die Platte wurde jetzt ja auch wirklich extrem gut aufgenommen von der Presse. Ja, voll. Das ist echt, echt toll. Also ich habe auch schon ein bisschen reingelesen. Macht das viel mit dir? Du meinst ja gerade so am Anfang jetzt gerade vielleicht so einen leicht narzisstischen Rausch, aber verändert das auch zum Beispiel dann deine Arbeit am nächsten Album? Wenn du jetzt weißt, oh Gott, diese Platte wurde so gut besprochen, macht das irgendwie einen Druck bei dir irgendwie auf oder? Ne, das ist, das fühlt sich schon an, einfach wie so eine Art Ernte so. Also das ist auch wie, ich weiß nicht, das ist ja was, was jeder Mensch irgendwie braucht, so eine Art Anerkennung und in anderen Jobs kommt das vielleicht so in so kleinen Häppchen so, dass man jeden Tag irgendwie ein bisschen Lob bekommt und wenn man ein Album macht, dann bekommt man ja ganz lange gar kein Lob, sondern... Ja, niemand kriegt was mit auch davon. Ja, kriegt niemand was mit und auch man spürt sehr deutlich, dass es, wenn man jetzt nicht noch ein Album machen würde, dann das würde erstmal niemandem auffallen und so und deshalb braucht man so die ganze Zeit so diese intrinsische Motivation, dass es auch wirklich wichtig ist, dass man das jetzt nochmal weitermacht und so und dann kommt dann das ganze Lob auf einmal und ja, wenn man, also das begünstigt auf jeden Fall gewisse Persönlichkeitsstörungen, sage ich mal so. In dem Pressetext zu dem Album stand drin, dass du eigentlich geplant hattest, dich gar nicht so in den Produktionsprozess einzubringen und eigentlich so alle Songs auf deinem iPhone als Demos hattest, sie an deinen Produzenten geschickt hast und eigentlich die Kontrolle einmal abgeben wolltest und es dann aber nicht geklappt hat. Siehst du das Experiment ein bisschen als gescheitert, mal die Kontrolle abzugeben? Nein, es hat, also in manchen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau im Pressetext steht, aber es hat teilweise krass gut geklappt. Also es gibt so ein paar Arrangements, die waren schon so gut wie fertig, bevor ich zu Tim Tautorat gegangen bin. Dazu gehört Wahnsinn, mich zu lieben. Das war irgendwie, das hatte ich schon, glaube ich, schon zum Vorgängeralbum eigentlich rumliegen. Das ist kein Problem. Die Musik war auch schon komplett fertig und Wieder eine Nacht war auch schon komplett fertig. Und den Rest habe ich genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast, dass ich das Lieder erst komplett fertig geschrieben habe und dann halt mit dem iPhone festgehalten, damit ich nicht in Versuchung komme, mich schnell in so, in so Arrangementsprozessen zu verlieren oder so, oder dass es, dass so Arbeitsprozesse vermischt werden, dass man so, bevor das Lied zum Beispiel eine zweite Strophe hat, dass man dann schon sich in irgendein Synthesizer klingelige Ding verliebt und dann ewig drin rumschraubt und dann wird das nie fertig. So, so, das kenne ich total gut von mir, weil ich so, schneller, irgendwie so, dann ein bisschen den Fokus verlieren. Deshalb habe ich versucht, mich so ganz karg nur mit meiner Gitarre hinzusetzen und das so fertig zu schreiben. Das hat so, das klingt so ein bisschen langweilig, aber das hatte was so mit Disziplin so zu tun. So Routine und das erst mal fertig machen. Genau, und das war, wollte, ich wollte einfach gucken, wie schnell man dann fertig werden kann und es ist tatsächlich krass schnell fertig geworden dann, weil ich habe dann, dann, ich kann ziemlich schnell auf Gitarre was schreiben und auch Text kann ich im Zweifel voll schnell schreiben und der Tim Tautorat hat eine sehr dezidierte Meinung über alles, der kann auch sehr schnell arrangieren und er weiß genau, was ihm gefällt. Und es gibt einige, ja, er hat manche Sachen, er hat manche Arrangements gemacht, wo ich erst dann gesagt habe, nee, das geht gar nicht, aber beim, beim überwiegenden Teil seiner Vorschläge war ich total begeistert. Also, ich weiß gar nicht, was da genau im Pressetext stand, aber wenn das so da steht, dann stimmt das auf jeden Fall nicht so ganz. So, also das, er hat, er hat das schon, er hat schon krass abgeliefert da, so zum Beispiel, am Herz vorbei, da habe ich wirklich nur die Gitarre gemacht und den Gesang und er hat dann diese krassen Streicher im ersten Affront und dann, und dann hat er gemeint, ja, das könnte doch so, da könnte noch eine Band kommen und dann kam so eins zum anderen, wir haben dann ja auch andere Musiker eingeladen und er hat die auch machen lassen, so einfach Vorschläge, was die so vorgeschlagen haben. Aber er hat da schon die Schirmherrschaft drüber gehabt und er hat das krass gut gemacht, so. Ja. Deshalb würde ich nicht sagen, dass es gescheitert ist, um die Frage ganz zu beantworten, ja. Ja, aber würdest du sagen, du bist perfektionistisch veranlagt? Ja, klar, klar, voll, also das, ich bin der totale Kontrollfetischist eigentlich, was meine Musik angeht, so, dass ich, ich denke immer, dass ich es am besten weiß und das braucht schon, braucht schon Vertrauen, dass ich. Um das abzugeben. Ja, der Tim Tautorat und ich, wir haben ja auch schon davor ein Album gemacht zusammen und da war ich so schnell, auch so beeindruckt, dass es so schnell ging und dann dachte ich eigentlich, wie, das wäre ein gutes Experiment, das so, mal zu gucken, wie schnell das gehen kann. Und es war dann auch krass schnell, also, dass wir haben, wir haben wirklich wenige Wochen damit verbracht. Mega. Ja. Ja, ich würde gerne ein bisschen über deine Texte sprechen, weil, was mir generell auffällt bei dir, sowohl bei Am Rest als jetzt auch Am Wahn, dass deine Texte ja fast schon Poesie ähneln und nicht so klassischen Songlyrics. Und ich finde, Poesie neigt aber auch sehr schnell dazu, kitschig zu sein, gerade wenn es eben schlechte Poesie ist. Ähm, hältst du Kitsch für etwas Schlechtes? Erstmal so ganz generell? Ja, das ist eine gute, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, ich finde, also, es gibt erstens nicht was, was objektiv Kitsch ist, so, oder vielleicht gibt es es auch irgendwann, aber jedenfalls ist die Grenze nicht so ganz klar, finde ich. Und zum Beispiel finde ich, dass, äh, also, zum Beispiel, als ich das Lied, äh, kein Problem gemacht habe, da war zuerst die Musik fertig und ich wusste nur, worüber das gehen soll. Und dann kam mein Freund Max-Richard Lessmann und ich habe ihm gesagt, schreib doch mal einen Text dazu und den Text hat er komplett geschrieben. Ach was. Ja, und ich, in meinem Kopf war das aber eher so ein Lied, das auch auf einem Nick Cave Album funktionieren könnte, so, also, hatte was, hatte was auch was Düsteres und dann kam plötzlich aber der deutsche Text dazu und dann plötzlich hat es in Anflügen was von Kitsch. Und ich finde eigentlich Kitsch als Stiedelmittel überhaupt nicht schlecht, aber was ich brauche, ist so ein Stachel irgendwo, so, also, es muss auch... Ja, dass es irgendwo gebrochen wird wieder. Ja, es muss schon ein bisschen wehtun, sonst, sonst macht es mir keinen Spaß. Wie würdest du denn sagen, wie schafft man es denn, romantische Texte zu schreiben, weil dein Album, zum Beispiel das Album, finde ich, ist eigentlich im Kern sehr romantisch, ob es jetzt eine schöne Romantik oder eine düstere Romantik ist, ist es was anderes. Aber wie schafft man es denn, romantische Texte zu schreiben, ohne kitschig zu werden? Das ist so eine Frage, wenn ich die jetzt versuchen würde zu beantworten, glaube ich, dann würde ich das nur kleiner machen, als es vielleicht sein kann. Ich weiß das nicht, ich schreibe halt das, was, ich schreibe halt die Texte, die ich gerne lesen würde oder hören würde. Und ich habe keine, ich höre nicht so viel deutsche Musik, deshalb hört sich das vielleicht anders an, als andere. Also ich höre zum Beispiel fast keine Musik, die zurzeit rauskommt aus Deutschland. Aber ich finde, man kann das schon, man kann das machen. Und ganz viel hat, glaube ich, auch mit dem Vortrag zu tun, also wie man die Sachen singt. Und so, dann, ich glaube, wenn man manche Textzeilen, die es jetzt auf dem Album gibt, wenn das jetzt jemand singen würde, den man aus einem anderen Kontext kennt, dann würde es vielleicht auch kippen. Ich glaube, es gibt nicht so eine klare Abgrenzung, das ist jetzt kitsch und das ist jetzt was Cooles. Und ich glaube, das sind so, da zahnt total viel ineinander und wenn es nicht so wäre, dann würde es mich auch nicht interessieren. Also ich habe, was mich noch nie interessiert hat, ist so eine eindeutige Coolness-Polizei zu befriedigen. Das finde ich einfach total öde. Das kann ich verstehen. Wo du gerade von deutschsprachiger Musik gesprochen hast, ich habe das Gefühl, dass es insbesondere im deutschsprachigen Musikraum so, dass Musik immer in Schubladen gesteckt wird. Also es ist immer dieses Genre und das Genre und auch wenn ein Künstler oder eine Künstlerin während ihrer Karriere irgendwie mal das Genre wechselt, dann wird es erstmal komisch und kritisch beäugt, anstatt einfach so, na okay, macht die Person halt jetzt was anderes. Und du bist ja auch eine von diesen Künstlern, der sich eben auch musikalisch extrem verändert hat in den letzten Jahren. Wie kam es dazu, also zu dieser auch musikalischen Neuorientierung, zum Beispiel seit Fisch oder so? Da ist ja viel passiert bei dir. Also zum einen war ich jünger, als Fisch rauskam, da war ich Mitte 20. Und da ist, also da hat man vielleicht auch noch, also ich würde sagen, ich hatte noch nicht ganz das gefunden, wo ich mich so rein entspannen kann, sondern ich war auch noch ganz frisch in der Popbranche und ich dachte auch, okay, vielleicht kann man ja was machen. Was auch wirklich erfolgreich ist, so was, vielleicht geht das ja, so was aufzumischen, so und vielleicht kann man, vielleicht kann ich meine Texte so da rein verstecken in ein Gewand. In ein poppiges Gewand, in ein poppiges Gewand. In ein poppiges Gewand, in ein Mainstream irgendwie. Ja, genau. Und es hatte sicherlich auch damit zu tun, dass ich damals voll viel mit den Orsons unterwegs war. Die, also die waren total wichtig für mich, was so Songschreiben angeht. Weil die haben mich gelehrt, dass Humor auch was ganz Tolles sein kann. Das können die Orsons ja auch sehr gut. Dass man, erstens, dass man, dass nur weil es auf Deutsch ist, muss es nicht krass hochtrabend sein. Man darf Spaß dabei haben, was passiert und es darf dahin schielen, dass es einerseits komplett Avantgarde ist und aber auch gleichzeitig nach dem großen Erfolg greift. Und ich habe so zwei, drei Jahre mit denen viel verbracht auf Tour und im Studio und das hat mich natürlich geprägt. Also gerade wenn man Mitte 20 ist, dann ist man ja auch noch viel offener für Einflüsse als ich bin jetzt Mitte 30 und merke jetzt so richtig, ich bin nicht mehr so offen für Einflüsse. Einfach so, ich fange an richtig so den Anschluss zu verlieren und ich interessiere mich nicht mehr so für Sachen, die jetzt rauskommen und ich check das auch nicht mehr. Und es ist so, ich fange an, ich fange langsam an im Alter oder halt so in die Mittleren Jahre vielleicht, würde ich sagen. Und ich bin Vater geworden und vor fünf Jahren und da verschiebt sich auch, da gibt es auch so eine Werteverschiebung dann im Leben. Also das sind halt Dinge danach einfach irgendwie anders und die Musik, die ich jetzt mache, ist, glaube ich, eher näher daran, wo ich musikalisch eigentlich herkomme. Meine Eltern waren klassische Musiker und ich bin mit klassischer Musik und mit so Musik aufgewachsen, die live eingespielt. Also die, wo zwei Leute gleichzeitig was spielen und da entsteht irgendwie sowas, da entsteht was, was, glaube ich, auf eine bestimmte Art Leute noch mehr berührt oder so. Also wenn man, wo man sich vielleicht auch ein bisschen mehr drauf einlassen muss und ich weiß, also ich finde, das ist wirklich total interessant, weil da verändert sich ja gerade so viel, wie Musik gemacht wird und wie Musik auch aufgenommen wird. Und ob das, ich frage mich wirklich, ob das wirklich allgemein gültig ist, dass eine Musik, die live eingespielt ist, irgendwie was sehr Berührendes oder was noch Berührenderes hat, als wenn es am Computer gemacht wird. Weil ich frage mich, also ich glaube immer, dass das so ist, weil für mich, für mich stimmt das auf jeden Fall. Für mich ist das wahr, aber wenn ich so zum Beispiel meinen Sohn angucke, dann würde ich nicht sagen, dass das wahr ist, weil der reagiert auf ganz andere Sachen. Und auch die Teenager, habe ich das Gefühl, sind genauso berührt von Musik, die am Computer entsteht. Also ich finde es irgendwie, ich weiß da keine finale Antwort dran. Ich weiß keine finale Antwort, aber ich weiß, dass ich was machen will, was mich interessiert und was mich berührt. Und da weiß ich jetzt besser, was ich eigentlich, was mein Herz höher schlägen lässt. Aber es ist eigentlich total spannend, was du gerade sagst, weil auch diese so ein bisschen Skepsis gegenüber gerade, oder dieses Unverständnis gegenüber neuen Sachen, was gerade irgendwie bei dir jetzt persönlich, meine ich. Auch, dass es dich mehr berührt, wenn Musik live eingespielt wird. Und auf der Platte jetzt, also auf deinem neuen Album, finde ich, spürt man schon so eine generelle Retroästhetik. Sei es durch die Cover, die designt wurden von den Singles. Also ich finde, das hat so eine totale Retroästhetik. Aber auch eben die orchestrale Untermalung der Songs, das Genre generell, das du da bedienst sozusagen. Wünschst du dir generell eine ältere Zeit zurück? Nee, überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun, ne? Nee. Ich finde, ich bin schon ein altmodischer Typ auf eine Art so, dass ich so, ja, von der Musik, die mir gefällt. Aber ich glaube, also ich, das ist jetzt nicht in dem Sinne nostalgisch, dass ich, dass... Was besser war? Mhm. Also für mich persönlich, zum Beispiel, weil auch so leichte Unterhaltungsmusik gemacht wurde, das hatte früher ein krasses handwerkliches Können von Arrangeuren und Komponisten. Und das geht einfach zurück. Oder auch, wie sich... Also Sprache verändert sich ja auch immer. Und wenn man zum Beispiel, es gibt so eine Doku über diese Kinder vom Bahnhof Zoo, wie diese jungen Fixer und Fixerinnen auf der Straße damals, wie gut die sich artikulieren konnten. Also das ist ja nicht mehr so ganz der Fall irgendwie, das habe ich jedenfalls oft das Gefühl, dass viele... Also dass sprachliche Fähigkeiten quasi so zurückgehen? Ich finde, auf eine Art ja. Also das kann sein, dass das sich jetzt in so einer Übergangsphase befindet und das Internet spielt ja eine große Rolle. Aber ich finde schon, dass man sich genauer ausdrücken kann, wenn man sich irgendwie besser artikuliert. Das ist einfach ein bisschen exakter und dann weiß man auch selber besser, was man eigentlich sagen will, wenn man es besser ausdrücken kann. Vielleicht, um da nochmal kurz reinzugehen, vielleicht, was da vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt, ist eben, dass früher, sage ich mal ja, vor allem über eben das geschriebene Wort, was aufgenommen wurde und heute ist es ja gerade durch das Internet und Social Media vielmehr das Visuelle. Ja, genau, ja. Und dass das vielleicht dadurch sich verändert hat, keine Ahnung, ist jetzt nur ein reingeworfener Gedanke. Aber ich wollte nochmal auf kein Problem kurz zu sprechen kommen. Und zwar, als ich den Song das erste Mal gehört habe, musste ich direkt an Je t'aime denken. Ja, logisch. Und da wollte ich mal fragen, ob das Absicht war. Also ich finde es sehr ähnlich, auch diese gehauchten Ad-Libs so. Das hat mich sehr daran erinnert. Also die Geschichte des Liedes ist die, ich hatte zuerst die Musik und zwar auch schon komplett fertig. arrangiert, so wie man es jetzt hört. Dann dachte ich, es wäre eigentlich schön, ein Lied darüber zu haben, dass die Welt dem Untergang geweiht ist, aber wie egal einem das ist, wenn man gerade frisch verliebt ist. Ich hatte dann die Melodie auf so gibberisch gesungen und dann habe ich Max Richard kennengelernt und habe gefragt, hey, hast du mich mal Lust, da was zu schreiben? Und dann hat er das wirklich den Text innerhalb von so oder so hat er das geschrieben. Und dann gab es ganz lange nur mich auf dem Lied. Und dann habe ich irgendwann Annette Louisan kennengelernt über unseren gemeinsamen Produzenten Tim Tauterath. Und wir alle drei, der Tim, die Annette und ich, wir teilen so eine Liebe für genau diese Musik von Serge Gainsbourg oder Jack Prel und so. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte gerne irgendwie ein Lied mit ihr zusammen machen, weil ich sie so cool fand immer schon. Und wusste aber nicht so ganz direkt, wie. Und dann plötzlich ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass da immer so lange Pausen sind in diesem Lied. Ob sie da nicht das als Duett singen könnte und dann war es irgendwie, plötzlich hatte ich die Idee. Und ich hatte die Idee eigentlich auch nur, weil ich habe ja schon mal so ein Album vom Meckes mitproduziert. Und da haben wir den gleichen Trick gemacht quasi. Da gibt es ein Lied, das heißt Kino. Und da singt Meckes, glaubst du noch ans Kino? Und dann sagt Josef Hader direkt danach, glaubst du noch ans Kino? Also so einen herrlichen österreichischen Akzent. Und dann ist es einfach genau das Gleiche. Und dann dachte ich, ja geil, das könnte man hier nochmal machen. Und dann klingt es natürlich voll so wie dieses Jane Birkins und Serge Gainsbourg. Ja, jetzt habe ich es ganz genau erzählt. Ne, finde ich total spannend. Und um auch dort gleich beim Thema zu bleiben. Es ist ja auch wirklich ein sehr Chanson-geprägtes Album. Also in vielerlei Hinsicht. Und das ist ja auch ein sehr altes Genre in dem Sinne. Da frage ich mich, so Chanson und Schlager, wenn man es so nennt, hatte ja früher, wenn man jetzt irgendwie so 20er bis 50er Jahre ein ganz anderes Prestige als heute. Hast du es als eine Art Risiko empfunden, jetzt ein Chanson-Album zu machen? Ne, eigentlich nicht. Ich habe das komplett aufgehört irgendwie. Dieses, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nach Erfolg geschielt habe oder so, das spielt wirklich gar keine Rolle mehr. Ja, so, da bin ich irgendwie innerlich ruhig geworden. Ich habe jetzt so ein Vertrauen, dass ich, ich muss das machen, was mir gefällt. Und ich finde, man muss total unterscheiden zwischen Schlager und Chanson. Das wird immer über einen Kamm geschert. Aber das sind zwei total verschiedene Sachen. Weil ich finde, der größte Unterschied ist beim Chanson, es ist eigentlich ein Lied, das eine Geschichte erzählt. Und das funktioniert nicht, wenn man da nur 10 Sekunden draus hört. Sondern man muss das von vorne bis hinten hören, damit es einen Sinn macht. Und deshalb ist das ein langsameres und älteres Medium. Und Pop und Schlager sind eher näher beieinander, weil da funktioniert das einfach, wenn man die Hook rausnimmt und dann hat man den Song kapiert. So quasi. Und ich wollte einfach so Geschichten erzählen, weil das ist auch die Musik, die ich liebe. Die Musik, die Geschichten erzählt, das ist das, was ich selber höre. Und das interessiert mich, das wollte ich machen. Ja, nur weil mir ist eben aufgefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Album auch irgendwelche Kritiken gelesen habe, dass eben wirklich sehr häufig eben das Wort Chanson gefallen ist, aber teilweise eben auch das Wort Schlager. Und da bin ich auch immer kurz so irritiert gewesen, weil ich sehe deine Musik gar nicht als Schlager. Es hat vielleicht leichte Udo-Jürgens-Vibes, vielleicht also Mirage oder so. Da musste ich auch so ein bisschen an Udo Jürgens denken. Aber auch Udo Jürgens ist für mich kein klassischer Schlagersänger in dem Sinne. Aber wie empfindest du das denn, wenn du liest, deine Musik wird als Schlager beschrieben? Siehst du das als Beleidigung? Nee, weil, ja, keine Ahnung, das ist mir egal. Also ich glaube, vielleicht war es sogar der Musikexpress. Das erste Album, das ich gemacht habe, da wurde ich mit Reinhard May verglichen. Und das war aber wie so eine Art Bös gemeint oder so. Es war eher wie eine Beleidigung, sollte das so rüberkommen. Und das fand ich aber ein Kompliment, weil ich finde Reinhard May total geil. Und deshalb, wenn es die Leute glücklich macht, das Schlager zu nennen, dann sei es ihnen gegönnt. Und nochmal kurz zurück zum Inhaltlichen. Auf Am Rest geht es ja viel um eine scheiternde Beziehung oder eine endende Beziehung. Und auf Am Wahn, würde ich sagen, eher um eine toxische Beziehung oder irgendwie eine ungesunde in irgendeiner Form. Was ist denn schmerzhafter? Eine endende oder eine toxische? Safety-toxische, auf jeden Fall. So würde ich sagen. Das Schmerzhafte daran ist, wie sehr man sich von sich selbst entfernen kann. Und der Moment, wo man das merkt, dass man jetzt plötzlich sehr weit weg ist. Und das Album ist aber auch jetzt nicht komplett autobiografisch. Das muss ich dazu auch sagen. Ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich der Grund, warum es so schwer ist, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen, eben ist, dass je mehr Drama man empfindet in einer Beziehung, desto doller spürt man auch die Liebe. Durch dieses Auf und Ab und diese Dramatik. Also mehr Dramatik gleich irgendwie stärkere Gefühle. Kann man denn überhaupt ein Album über eine leise Liebe schreiben? Bestimmt. Bestimmt kann man das auch. Ich hatte jetzt noch nicht die Motivation dazu und ich weiß auch nicht, ob ich das kann, aber Judith Holofernes hat, glaube ich, so etwas Ähnliches mal gemacht, die ja auch über jeden Zweifel erhaben ist, finde ich. Also man fühlt sich auf jeden Fall sehr lebendig, wenn man in so einer toxischen Beziehung ist. Ja, weil man spürt halt alles irgendwie und die Versöhnung ist dann ja wieder noch stärker wieder als irgendwie. Ja, doch so dramatisch. Und als letzte Frage, ich finde an deinen Texten ganz besonders, dass sie eben so eine Doppeldeutigkeit haben. Ist es dir wichtig, nicht festgelegt werden zu können, textlich? Hey, mir ist eigentlich gar nichts wichtig. Die Musik darf hören, wer will und man darf das verstehen, wie man es will. Ich glaube, Leute lesen in die Lieder ihre eigenen Sachen rein und das finde ich schön. Und insofern finde ich es schön, wenn man merkt, das Lied ist über eine bestimmte Sache, aber es ist nicht nur über diese eine Sache, sondern es hat eine gewisse Flüssigkeit. Es lässt mehr Raum für Interpretationen. Ja, genau, für den Hörer und für die Hörerin selbst, dass sie sich darin finden können, das finde ich schön. Und ich finde auch, dass so Lieder, die ich wirklich, wirklich riesengroß finde, sind allermeistens nicht, da weiß man gar nicht genau, worum es geht. Hast du ein Beispiel? Ja, jetzt ist es ein bisschen ein beklopptes Beispiel, aber vielleicht zum Beispiel Hey, Mr. Tambourine Man oder so. Ja. Das ist so, das ist so, also, wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht in einer Interviewsituation wäre, dann würde mir bestimmt sofort was Besseres einfallen. Aber das ist auch, finde ich, eigentlich insofern ein ganz gutes Beispiel, dass man einfach wirklich nicht, was meint der eigentlich damit zum Beispiel. Oder, das ist zum Beispiel ein richtig geiler Schlager, finde ich. Schreib es mir in den Sand von Frank Schöbel. So, was schreibst du mir denn jetzt in den Sand? Sag es mir. Ja, das finde ich toll, also, wenn es offen ist. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Danke dir auf jeden Fall. Danke. Danke dir. 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 Bis zum nächsten Mal.